Ach, jetzt ne Weihe. Weihe, wenn sie losgelassen. Hier liegt Chorium. Toll. Pall. Ah, Angst. Hilfe, Hilfe. Hilf mir, meine Freunde. Ja, Hilfe, Hilfe. Man könnte das, glaube ich, dispeln. Oh, was wird denn da gewürfelt? Drauf. Ey, Deliriums. Was würfeln die denn da drauf? Ach, ist mir scheißegal, was sie da drauf würfeln. Bedarf. Was? Bin ich zurecht, natürlich. Na klar. Dann noch den Dotter auf die Hände. Ich bring euch alle um hier die Schweine! Das ist der Sinn und Zweck, dieser Inni. Oh. Man sollte den Geistern nicht zu nahe kommen. Das sind nämlich die Geister, die ich rief. So ein Kack nun, ey! Wer? Du! Wieso? Wieso nicht? Wir können halt vielleicht mit dem Typen am Anfang tauschen, mit dem Lack. Wieso? Dann ging es noch Glück. Yeah! Er ist dein Damage. Wie macht der das nur? Gibt es gar nicht. Bin ich wohl mit 3300 Dips. Wieso habe ich eigentlich den D-Buff von der Schippe springen? Weil du gerade recht down warst. Ja, warum bin ich so weit down? Heil mich mal! Nein, ich da gerade am Looten war. Und bevor du geheilt wurdest, musste erstmal der Tank hoch geheilt worden sein. Nein, lass mich! Lass mir in Ruh! Na, du bist nicht in Sichtweite. Ah! Schmuck! Ja! Ah! 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 Das war alles! Ah! Nein, nicht verwandeln! Lassen sie mich in Ruh! Ich bin verwandelt. Ich gehörte aber keinem. Arcane Power! Platte, Kette, Crab und Crab. Ach, Knarf. Dann geben wir den Scheiß mal ab. Ein Kunststrip zum Anfang? Ja, aber du kannst ja laufen. Ist ja hier die Tür auf. Ja, das meine ich ja. Gibt's eine Abkürzung zum Anfang? Mhm. Bruder gegen Bruder. Wir müssen gleich mal Duell machen. Uhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuh. Da war noch eine Kerze. Fitchart in den Seetekhallen zurück. Ja, da müssen wir in die Mitte nochmal kurz zum ersten Boss. Da ist Fitchart. 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 Der zwitschert die ein. Wie sieht eigentlich mein jetziger Helm aus? Oh, sieht eigentlich gar nicht mehr so schlecht aus. Wie sieht der Helm aus, den ich bekommen habe? Der sieht ja natürlich noch schlechter aus. Fitchart. Oh, so weit weg, ey. Du kannst doch schnell laufen. Ich mache dann mal... Instanzgruppe verlassen. War schön mit euch. Meine Siete sehe ich. Tschüss. Ich muss fliegen. Ich muss fliegen in die falsche Richtung. Wir wollen ja ins Schattenmondtal. Da, wo der Mond seinen Schatten aufs Tal wirft. Oh, plapper, plapper, plapper. Mhm. Achso, hier. Äh, nee. Du bist noch da dran. Nee, nee, nee. Sonst würde ich jetzt sagen... Jetzt. Sieteck-Hallen haben wir. Dann machen wir die nächste gelb-grüne Inni. Nö, ich mache jetzt erstmal kurz Pause. Nee, mach's denn nicht. Und wie lange? Müssen wir jetzt eine Aufnahmepause machen? Kannst ja nicht einfach so gehen, mitten in der Aufnahme. Wirst du gleich sehen. Tschüss. Tschüss. Schwellen, mach's denn nicht. Ah. was hast du und sind ersten ganz tolles in kein tolles in volles in weil ich habe auch ein tolles in vier aber hauptsächlich ist voll mit schwer jeder das gleiches zugleichen war hat es ist randvoll ich muss erst einmal verkaufen gehen hast irgendwann du bist ja nicht hier in schad 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 schade da kann man bin schaut unten im im linksviertel verkaufen da muss ich mal die hobbits aufs klo setzen Dann können wir weitermachen. Auch eine neue Ausdrucksweise. Die Hobbits ins Klo setzen. Braucht man jetzt noch diese Kristall- und Proben- und Obsidian-Perlen? Nö. Es sei denn, du willst Ruf pushen. Angekommen. Im Schatten-Montal bereitete er seine Flügel aus, flog über den Mob und starb. Brauchst du erst das Gehaltränke? Ja, wäre jetzt so mal nicht verkehrt, denn man hat gesehen, in der Indie habe ich ein paar Debuffs bekommen, die mir nicht so gefallen haben. Hä? Ja, von der Schippe springen und so. Babymeet? War keine Heilung da. Oh, hier gibt's aber Millionen und Abermillionen-Quests. Wo habe ich hier so'n Scheiß noch im Inn? Kraft und Ehre für die Horde. Anschlagtafel. Suchen Terroristen. Blut und Donner. Äh, habe ich sogar diesen, diese blaue Vorlage für Juwe, was für dich? Plus vier Baby, plus acht Fit. Oh, äh, jetzt noch mal ganz kurz diese Zeppet auf und lang bringen. Und dann... Fluglehrer. 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 Ah, zum Fliegemeister und dann kurz auf. Aber da kann ich ja noch gar nicht hin, ne? Fliegen. Ins Schatten und Tal. Nö, musst du persönlich vorbeigucken. Ich komme mal persönlich vorbeigucken. Äh, mal ganz kurz auf. Hallo, da sind wir wieder. Wir sind einfach mal offline, weil wir uns das getraut haben, hier ins Schattenmond-Teil ins nächste Questgebiet geflogen. Ich musste zwar hier ein bisschen auf den Burfi warten, weil er den Weg nicht fand, aber jetzt sind wir beide hier angekommen und machen einfach mal weiter hier. Du weißt schon, dass ich in der letzten, wo du gesagt hast, äh, Pause, dass das weiter lief. Egal. Ähm, Info an euch. Hallo und willkommen. Wir sind hier angekommen im Schattenmond-Tal. Äh. Was? Ja, wir sind beide hier, ne? Heinz Schmürnhoff ist weg und die Heiterkeit ist da. Da-da. Ja, wir haben alle Quests hier angenommen. Ja, hallo! Wir sind hier im Schattenmond-Tal. Bei mir ist mein Kollege. Hä? Sag mal hallo. Hast du die heute noch nicht? Ich sehe, ich sehe lauter Zahlen auf der Map. Die müssen wir mal abfliegen, glaube ich. Ne, Moment, ich habe ja noch zwei Sachen. Erstmal, man sieht bei mir jetzt momentan den Kampflog, weil im Chat und im Allgemeinen läuft ein privater Chat, der euch nichts angeht. Ähm, siehste, da blinkt wieder. Ist wieder, hat er wieder geschrieben, der Markus Lanz. Da wird er geschrieben, dass er die Gäste nicht ausreden lässt. Der kann ja nicht schreiben, sonst müsst ihr jetzt gerade wissen aus der Betten-Dass-Sendung raus tweeten. Ja, cool. W-O-W-P-Arsenal. Ähm, und das zweite richtet sich an die Zuschauer eine Frage, und zwar, woher bekommt man Elfenbein? Antwort, musste man eigentlich jetzt Quiz-Duell schreiben, woher bekommt man Elfenbein? Frage 1, äh, Antwort 1, von Hunden, Frage von Katzen, von Elefanten oder von Elfen? Ich würde ja mal hart sagen von Elfen, weil es ist ja ein Elfenbein. So, weiter geht's. So, hallo Leute, wir sind zurück bei Let's Drink Together. Einfach mal natzen die Höhlenbestien. Achso, hier, äh, da waren wir stehen geblieben, letzte Folge. Ja, doch, dann sind die Dues. Ich wollte gerade noch Tanks, ja doch nicht. Für die Anfangsquest braucht man hier keine Tanks. Ja, dann wäre ich einfach hier durchgerannt, hätte ein Captain Emerita gespielt und fertig. Gut ausgesehen. Dann ist der Fischplatz. Ich muss zuerst etwas anbieten. Ja, wie gesagt, äh, falls der liebe Herr Markus, aka Dorn, das sieht, ich kann dir gerade nicht antworten. Das ist bestimmt ein Dorn im Auge. Das ist ein Dorn im Auge, ja, genau. Machen wir noch mehr Wortspielchen mit unseren Zuschauern, dann haben wir bald keine mehr. Meldet euch, wir finden was. Wollt ihr auch einmal von den Profis verspottet werden, dann meldet euch. Sie sind ab nun, live telefonisch zu erreichen unter 0190. Äh, eine noch. Hast du eine am Start? Ich fliege die ganze Zeit über dir, ich mache dir nichts. Ja, so, das ist auch, Zusammenhalt, wird hier ganz groß geschrieben bei uns zwei. Willkommen, Freunde, zurück. Was? Hm. Was haben wir jetzt hier? Uvorus feurige Mähne? Ich gebe da mal ab. Ja, mach mal. Die Dry, Teufelsfeuer, Milzen. Milzen? Milzen. Wir müssen hier den Jürgen sammeln, den Jürgen Milzki sammeln. Das ist meiner. Verpiss dich. Was? Kannst du da nicht machen. Was? Da maute ich einmal ab und dann sowas. Dann maute der einmal ab und dann für nix. Wo kriegen wir eigentlich die Milizen her? Von den Teufels-Dimetrodoten. Ach, fuck you, ey. Dropen aber keine. werker nur. Ja erstII-Dimetrodoten. was ist der günstens